Um das Terroristenlager zu erreichen, müssen sie die Wachen vor dem Anwesen umgehen. Im Hof schleichen sie zu dem Lüftungsschacht und klettern in das Haus. Ihr Ziel ist es, die Tochter des Rick-Bundespräsidenten zu befreien. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Snake! Oh, hoppla, das war ein Reflex. Ich glaube, wir hätten Snake nicht auf diese Weise zur Überraschungsparty einladen sollen. Snake!